Eine Sensation. Wissenschaftler haben jetzt tatsächlich den Beweis für das schwarze Loch gefunden. Viele von euch haben es wahrscheinlich gelesen in den Medien, ja, dieses schwarze Loch, da wird ja seit, ja, seit vielen, vielen Jahren danach geforscht, ne, dieses schwarze Loch, das, wo keine Materie existiert, sagt man, das so stark ist, wo die Energie so stark ist, dass sogar das Licht von der Dunkelheit aufgesorgt wird. Ja, natürlich, dieses schwarze Loch, das ist letztendlich die göttliche Energie. Es ist die göttliche Kraft. Es ist unsere Quelle. Wir kommen immer näher. Wir kommen wissenschaftlich gesehen auch diesen Informationen immer näher. Aber ja, klar, es gibt Wissenschaftler, die auch davon überzeugt sind, dass es einen Schöpfer gibt. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die nur der Wissenschaft glauben. Aber Wissenschaft dient natürlich auch immer dem Schöpfer. Der Schöpfer lässt all diese wissenschaftlichen Entdeckungen, diese neuen Informationen zu, solange sie der Menschheit auch dienen. Solange sie, ja, auch nicht über das Ziel hinausschießen. Ich finde das immer lustig, wenn Wissenschaftler, ja, so behaupten, sie haben etwas Neues entdeckt, sie haben etwas Neues gefunden. Natürlich haben sie nichts Neues entdeckt. Das ist ja schon da. Das ist ja immer da. Es ist da. Kein Wissenschaftler hat etwas Neues entdeckt. Wir haben es gefunden. Jetzt, wir haben nicht etwas Neues entdeckt. Es ist immer da. Das schwarze Loch ist da. Die göttliche Energie ist da. Die Quelle ist da. Die Quelle ist das Licht. Ja, natürlich. Es ist auch die Dunkelheit. Die Quelle, das Licht, braucht Gegenstände, braucht etwas, um das Licht zu reflektieren. Und das sehen wir hier auf dieser Erde. Natürlich ganz wunderbar. Das sehen wir auch im Universum. Ganz wunderbar. Dieses sogenannte schwarze Loch, die göttliche Energie, das Licht, wo wir alle herkommen. Wir kommen alle. Jeder einzelne von uns. Jeder Stein, jeder Hund, jeder Mensch, jeder Baum, jedes Wasser. Alles kommt aus dieser einen einzigen Quelle. Ja, können wir auch das schwarze Loch nennen. Und wie gesagt, Wissenschaftler haben das jetzt, haben den Beweis gefunden, dass es dieses schwarze Loch gibt, dass das schwarze Loch existiert. Ich finde das immer unglaublich lustig, weil wir wollen ja für alles den Beweis haben. Solange wir den Beweis nicht haben, solange existiert es für uns Menschen nicht. Nur das, wo ich den Beweis auch tatsächlich schwarz auf weiß habe, das existiert für mich. Aber es gibt sehr, sehr viel, was ich nicht beweisen kann, aber was trotzdem so ist. Wo etwas passiert ist und ich kann es nicht beweisen. Einer in der Schule hat einen Stein durch die Fensterscheibe geschmissen. Und es stehen fünf Jungs da. Einer hat es gemacht. Einer hat den Stein in die Hand genommen. Mitgehangen, mitgefangen. Alle fünf sind natürlich mit dabei. Vielleicht sogar mitverantwortlich, obwohl nur einer den Stein geschmissen hat. Aber wer hat den Stein geschmissen? Ich habe nicht einen Beweis. Und vielleicht bekomme ich den Beweis auch nie. Es fällt uns schwer, uns Menschen fällt es schwer, einfach etwas so stehen zu lassen und so hinzunehmen. Und zu sagen, ja, es ist so. Ich werde mich damit abfinden. Den ultimativen Beweis, dass derjenige, den ich vielleicht im Auge habe, dass der es war, den ultimativen Beweis werde ich womöglich nie bekommen. Und vielleicht haben vier ihn auch schon verfiffen. Aber vielleicht stimmt es ja auch alles gar nicht, ja? Vielleicht stimmt es nicht. Ich habe immer einen Judas unter meinen Propheten. Aber wer ist das? Wer ist der Judas? Bin ich mir sicher? Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der der Judas ist? Wir Menschen neigen dazu, zu urteilen, zu verurteilen und dadurch auch gigantische Fehler zu machen. Ja, ich komme wieder auf den Film, auf die Serie Osag, die ich jetzt gerade zu Ende geschaut habe. Das Ende ist ziemlich heftig und ich glaube, es wird auch keine neue fünfte Staffel geben. Aber vielleicht ja doch, ich weiß es ja nicht. Und da hat die Hauptperson, die ja dann zum Chef des Kartells aufsteigt, so praktisch als Ersatzperson, als Vizepräsident sozusagen, der macht dann einen gigantischen Fehler, weil er davon überzeugt ist, dass einer in dieser Gruppierung, in dieser Organisation der Judas ist, aber er hat den Falschen und er richtet, er lässt den Falschen umbringen. Das ist eine Verantwortung, mit der ich als Mensch dann zu leben habe. Wir alle haben mit unseren Urteilen und mit unseren Verurteilungen in unserem Leben zu leben. Und wir glauben immer, dass wir alles wissen. Wir glauben, dass wir Dinge wissenschaftlich beweisen können. So lange, so lange schon suchen Wissenschaftler nach diesem schwarzen Loch, ja, nach dem Beweis. Jetzt angeblich ist der Beweis gefunden. Vielleicht gibt es in einigen Jahren ganz neue, ganz andere Erkenntnisse. Ich habe ja auch über CERN geredet, über diese Organisation in Frankreich, wo man versucht, also dieser Teilchenbeschleuniger mit Hilfe des Teilchenbeschleunigers, ja, die göttliche Energie, wenn man wirklich so, man kann es wirklich nur so nennen, die göttliche Energie, also das Gottesteilchen zu entdecken, das Gottesteilchen zu finden. Ich bin gespannt, ob der Schöpfer das zulässt, denn nichts geschieht, was nicht geschehen darf. Manchmal lässt er auch etwas zu und lässt uns in dem Glauben, dass wir es gefunden haben. Aber vielleicht ist es eigentlich ganz anders. Immer dann, wenn wir denken, wir haben die Kontrolle, immer dann, wenn wir denken, wir lenken, ja, dann lacht er sich, glaube ich, kaputt. Dann denkt er, schon wieder, schon wieder machen die das, schon wieder machen die diesen Fehler. Ja, klar, wir haben den eigenen freien Willen. Er hat uns ja, er oder es, hat uns ja den eigenen freien Willen hier auf dieser Erde gegeben, um Gutes zu tun, um an uns zu arbeiten, um unsere Aufgaben zu bewältigen. Ja, klar, da können wir auch sehr, sehr weit gehen. Aber er wird nicht alles zulassen, glaubt mir. Er schränkt ja auch immer wieder ein und er greift ja auch immer wieder ein. Und er schaut sich, glaube ich, auch gerade an, was hier auf dieser Erde alles passiert. Alles muss noch schneller gehen und wir gehen wirklich auch teilweise in eine Richtung, wo wir, ja, wo wir unser Menschsein zu einem Teil vergessen. Wo wir unser Menschsein vergessen. Ja, ich rede immer wieder oft über das Internet auch und über das, was mir auffällt. Viele, ich will nicht über junge Menschen jetzt herziehen, absolut nicht, aber mir fällt es bei jungen Menschen wirklich sehr stark auf, dass viele von Ihnen nicht einmal mehr eine Stunde am Tag ohne dieses Gerät auskommen können. Das Gerät, wenn es piepst, ne? Die meisten haben auch den Alarm an, dieses Bip, 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 immer wenn eine Nachricht reinkommt und Sie schauen sofort drauf, sofort. Was waren das für schöne Zeiten, als es keine Handys gab, als es keine tragbaren Telefone gab, als es nur ein Festnetztelefon gab. Das waren die Zeiten der absoluten Freiheit. Wenn ich Urlaub hatte, hatte ich Urlaub. Ich war nicht erreichbar. Nicht für meinen Chef, nicht für meine Angestellten, nicht für meine Familie, für niemand. Ich war nicht erreichbar. Und wenn ich nach 14 Tagen zurück nach Hause gekommen bin, ja, da war vielleicht einiges anders. Da war vielleicht auch einiges, wo ich gedacht habe und wo einige Verwandten vielleicht sagten, wir hätten dich gerne erreicht, konnten wir aber nicht, weil du warst ja in Urlaub. Und das und das und das ist passiert. Ich habe es schon erlebt, dass wirklich Mitarbeiter mich angerufen hatten, ja, auf der Skipiste, in den Bergen, oben beim Skifahren, oben auf dem Gipfel, traumhaft schön und dann klingelt das Handy und dann ist die ganze Stimmung kaputt. Lasst es sein, lasst es zu Hause, wenn ihr Skifahrt, wenn ihr, ja, baden geht sowieso, obwohl einige haben auch tatsächlich die wasserfesten Hüllen. Die müssen das Handy auch mitnehmen, wenn sie schwimmen oder auf dem Boot sind oder surfen oder was auch immer. Versucht wieder eure Freiheit zu finden. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen auch nicht alles lösen. Wir können auch nicht alles lenken. Ja, wir wollen es mit unserem freien Willen, der immer gefühlt auch immer stärker wird, der immer mehr kontrollieren möchte. Wer die absolute Kontrolle haben möchte, der hat meiner Meinung nach die Kontrolle über sein Leben verloren. Denn wir können die absolute Kontrolle niemals haben. Niemals. Es sind die spannenden Momente, die Momente, die unvorhergesehenen Momente und die Momente, die der Schöpfer für uns kreiert. Ja, die Überraschungen. Das ist das Leben. Das gehört mit zum Leben. Das ist unsere, das ist unsere Energie. Das ist das, weshalb wir hier sind. Für die Überraschungen. Lasst uns das Leben feiern. Trotz allem, was gerade an spannenden, spannenden Geschichten um uns herum passiert.